Alter, das ist ja echt ein bisschen schon ein monströes Wurteil. Ich muss in die Tür, warte. So berstet die doch da eigentlich. Schlossen. Okay. Wo habe ich die Pistolen-Munitung gefunden? Warte mal, was ist denn da so? Ein Stiefel. Ah. Die Alte sitzt immer noch dort. Okay. Pistolen-Munition. Oh, Pistolen. Hier ist auch noch was drin. Abgrundsinnung. Brain. Alter. So, jetzt kommt der Spaß. Was denn? Klammer all die Türen auf. Das ist ja schon. Hallo. Ich dachte, du könntest nicht vor den Gästen fortschreiben. Bist du bescheuert? Boah. Ich bin auf. Oh. 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 Verdammter Mist. Keine Sorge, ich bin immer noch hier! Ich bin gar nichts. Oh, ich hab's geschafft! Einen runter! Alter Schwede! Oh, eine Münze hab ich gefunden! Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Ah, da ist die Tür! Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Ich bin noch nicht dabei! Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Ich bin im Waschraum, Küche, Garage, Wohnzimmer. Ok, 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 da komme ich wieder runter, ich bin jetzt gerade im Waschraum, Savepoint und die Sons, da war das S-Zimmer und da ist die Garage, ok, da ist Eingangshalter, da geht es nach links dann, ok, ist schon mal schön, dass wir hier speichern können, nicht überschreiten, gleich mir. Ja. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimm's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Hör zu und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Ja. 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 Okay, da geht es in die Hauptteile. Was? 2013. Ist eine Wackelpuppe? Komme ich jetzt schon zur Eingangshalle raus oder nicht? Das ist die zweite Frage. Da fehlt was. Das ist die zweite Frage. Das ist die zweite Frage. Hey! Machen Sie auf! Wien! Hey! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein! Nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermischte Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich! Sie hören mir nicht zu! In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen Sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole! Sie haben wohl den Verstandballon. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Nee, da gibt Ihnen doch nicht die Knarre. Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie's. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt! Garage! Sofort! Was soll ich mit einem Messer? Da ist noch ein bisschen Platz drin. Ja. Aber wir können doch kombinieren. Ja. Da ist noch ein Messer. Ich brauche so. Das ist noch ein Messer. Ja. Töchig. Ja. Da ist noch ein Messer. Ja. 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 Was wollen soll ich in der Garage? Hier was tun? Nee. Gehen wir in die Garage. Gehen wir in die Garage. Da ist doch der Bulle. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Das Tor aufmachen! Was macht Sie da? What the fuck, Alter? Scheiße! Ich werde jeden einzelnen von euch umlegen! Was für Schöner damit jemand geschossen hat. Ich zerquetsch dich wie an dem Kiff! Ich zerquetsch dich doch mal. Ich zerquetsch dich doch mal. Was macht der? Ja, komm! What was getting you up? Bust du ab? Was, ich muss mir das ständig tun. Wunder. Das ist doch die Null. Das ist ja jetzt am ganz Tag hier um das Autoram. Da ist die wie schnell. Komm schon. Komm schon. Das ist ein Buller. Buller, Buller, Buller. Kein Schlüssel. Wo ist der verfickte Schlüssel? Dein alter Mann, Junge. Du kannst es nicht mit deinem eigenen Mann aufnehmen? Oh, ich bin ja bescheuert. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Au, der Mann, ey. Was ist dagegen, wenn ich eine Runde drehe? Was? Mit dir nicht in Ordnung? Fangen wir an zu laufen, Junge. Oh, yeah. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll ich denn da machen? Boah, ich bin ja verrückt mit dem Gunner. Ich krieg dich, ich krieg dich. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte.